Was ist die Darmentzündung? Unter einer Darmentzündung versteht man, dass das Immunsystem im Darm arbeitet, dass vermehrt Entzündungszellen in den Darm transportiert werden, um zum Beispiel pathogene, also schädliche Bakterien zu eliminieren. Meistens ist eine derartige Entzündungsreaktion, die oft durch eine Infektion ausgelöst wird, innerhalb von wenigen Tagen bis etwa zwei Wochen in der Größenordnung von selbst wieder behoben. Dauert diese Entzündungsreaktion nun länger, also länger als vier Wochen, sprechen wir von einer chronischen Entzündungsreaktion im Darm. Unter CED versteht man eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Das heißt, eine Darmerkrankung, die chronisch ist, also länger als vier Wochen andauert, die eine entzündliche Komponente beherbergt und eben den Darm betrifft. Wir unterscheiden grob zwei verschiedene Subtypen, den Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa. Wie der Name CED, chronisch entzündliche Darmerkrankung, besagt, ist die Erkrankung chronisch. Das heißt, sie dauert bereits länger als vier Wochen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu infektiösen Darmerkrankungen, die durch Viren oder Bakterien hervorgerufen werden. Chronisch könnte natürlich auch der Reizdarm sein, nur der Reizdarm ist nicht entzündlich getriggert. Der Reizdarm ist eine Erkrankung, die sehr viele Personen betrifft. Und hier kommt es wahrscheinlich zu einer Störung im Bereich der Hirndarmachse. Das heißt, wir haben eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit, aber im Unterschied zur chronisch entzündlichen Darmerkrankung haben wir keine Entzündungsreaktion.